Ravensburg spielt auch 2023, sind die Ravensburger Spiele hier in Ravensburg präsent. Natürlich nicht nur, wenn die Spielzeit ist, wie hier am 9. September 2023, sondern das ganze Jahr und für alle Erwachsene und für Kinder ein Leben lang. Ein toller Tag für mich und für Las Vegas Fanproduktion. Wir produzieren Kurzschnitte für Sender hier in Deutschland und wir sehen schon, es wird gespielt. Es werden schon die Karten gemischt für die, die dabei sind. Ravensburg spielt und Lena Marina Weiß erklärt uns ein bisschen mehr über das Junioren-Team hier in Ravensburg spielt. Genau, wir sind einmal von der Ravensburger Juniorenfirma und wir verkaufen Blanko-Produkte. Das heißt, wir verkaufen Blanko-Spiele, Blanko-Memory, Blanko-Puzzle und eben Blanko-Schachteln. Genau. Genau, Lena, und das mache ich jetzt auch. Ich werde spielen und werde mir natürlich auch zwischendurch mal einen Trink genehmigen oder Erfrischung. Und die finde ich wahrscheinlich hier schon in Ravensburg. Denn Hammer ist auch hier eine Großbäckerei mit vielen Filialen in Ravensburg. Bei uns kann man Rad fahren, Brezel pumpen und schöne Preise gewinnen. Kommen Sie zu Hammer. Wie ihr seht, ist die Brezel von Hammer, ich esse immer die Pfefferbrezel bei denen, ein Bestandteil dieses Tages. Und die Jugend nimmt es an, sie pumpt sich die Brezel voll, füllt einen Gewinnlosschein aus und kann sogar tolle Preise gewinnen. Wie ihr seht, ist das?